So, willkommen zurück zu The Vagrant, das müsste jetzt Folge 21 sein. Die letzte Folge bestand ja fast nur aus einem Bosskampf und zwar so einem riesengroßen korrumpierten Ritter, würde ich sagen, oder zumindest einer Rustomer. Ach, hier sind wir. Okay, das ist ja falsch. Brauchen wir mal durch. Ein Apfel, wie geil. Soll ich mal nach oben ausweichen? Was seid ihr denn? Wow, amöbel, Hilfe! Ich esse mal ganz schnell einen Apfel. Keine Ahnung, was das Gegner sind. Die hatte ich noch nie gehabt. So ähnliche hatten letztes Mal Blitze gemacht. Oder Elektrofelder. Aber ich weiß nicht, ob sie vergleichbar wären. Bei mir noch nicht. Wow, wow, wow. Woow! Wo ist es? Wo ist es? Hier geht es scheinbar nicht weiter. Ich esse lieber noch einen Apfel. Auch wieder solche armmilden Fiechter. Lecker Essen. Ich schaue schon kurz wo es hier hingeht. Wow. Riesenarmöbe. So schnell was essen. Apfel. Eine Karotte, zwei Karotten. Okay, sie teilt sich. Ah, ah ja, rein, haut. Schnell, noch ein Paar. Schnell, noch ein Paar. Ja, ein Paar. Nochmal. Ganz schön gemeine Gegner. Oh, hier geht es echt nicht weiter. Nein. Okay, das läuft richtig scheiße. Wow. Boah. Schnell weg hier, weg hier. Quatsch. Ähm. Und eine Lang. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Schnell weg. Schnell weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich glaube zwar, das ist immer noch falsch, aber... Oh nein! Offen! Sehr gut! Nächste blöde Gruppe... ZDF für funk, 2017 So. Wir essen kurz wieder ein paar Karotten. Ein Speicherpunkt wäre schön. Das ist blockiert. Scheiße. Komm, 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 komm. Raus, raus, raus. Speichern. Sehr gut. Platte fünf Stunden Spielzeit. Jetzt schauen wir nochmal. Komme ich jetzt unten durch? Will ich hier erstmal hoch? Komm, komm, komm. Ich bin jetzt machen. Dann können wir wieder in die Runde draussen. Ich gehe. Ich gehe. Dann gehen wir noch mal. Blöden! Ich muss noch ganz kurz schauen... Hoch und dann nach rechts... Verdammt, ich glaube, damit sind wir gestorben. Gut, dann mache ich erstmal eine kleine Pause, beende die Folge hier. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Silvakrant. Tschüss, ciao, bye, bye.